hallo leute und willkommen zu einer neuen folge worms klein was mit julian zu dir oder so 1 gegen 1 also jetzt können wir noch einstellen wie viele fässer und alles dabei sind dann würde ich mal sagen wir haben sehr viel ich kann bei mir nichts einstellen übertreiben oder wollen wir erst mal langsam angehen kannst du übertreiben explosive gegenstände überall dynamisches wasser an oder war in der mitte dicke bombe landschaft mit bedachung ohne bedachung egal ich würde ohne oder wenn man erst sieht oder ein esel dann kann man auch anwenden thema für landschaft wikinger ist in ordnung kann bleiben ja das sieht gut aus ja los geht's man sollte vielleicht dazu sagen das ist mein erstes game was ich hier drin ich habe lange das könnte also dass ich werde ich habe lange her also es ist echt lange her wo ich das gespielt habe deine zipfel mit ich bin mal gespannt was wie die beiden anderen heißen weil ich habe ja nur die ersten vier benannt wer fängt an ich sehe ich sehe es auch schon okay ich fange an moment wenn ich jetzt rumsohme zum beispiel jetzt raus ist es bei dir auch so oder kannst du deine kamera einstellen machen wie du willst okay du solltest anfangen du hast nur noch ein paar sekunden ne die wird nicht viel damage machen aber die fliegen runter zu der anderen mine und explodieren auch mit dem fass angeht es war ein kleiner von mir alles klar jetzt kommt okay super da unten okay okay alles gut das habe ich gar nicht gesehen hätte ich glaube ich sogar weg machen können jetzt muss es klappen das ist schwierig wie stellt man dabei die zeit ein weißt du das bei der granate oben einfach auf die zahlen klicken je nachdem wenn du mit controller spielst das weiß ich nicht ich spiele auf der tostatur und oben kann es einfach 1 2 3 4 das ist je nach sekunde der hat gesessen was ist denn der ach das ist das oh nein die leben wie gut das gewesen wäre 3 hp hat er ich würde mal sagen haha du penner nimm dir direkten wurmwechsel es gibt doch jetzt wohl kein suicide du hast nur noch vier sekunden ich glaube die explodiert nicht nein nein du penner du penner ok es war nicht so schlimm wie ich dachte alter der explodiert aber jetzt noch der steht ja noch mal der kleine ist tot guck wie weit er fliegt oh 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 auf die mine oh nein der ist schon zu klein für die mine pass auf er fliegt jetzt nach rechts und tötet deinen ah der lebt noch der lebt der lebt weil der ist zu klein für die mine die kleinen können ja über die mine laufen ok ich weiß was denn jetzt passiert jetzt ist der am rand bei dir dran aufpassen war gegen wind und das hat auch deine eigene leite gehen Ohohohohh Nein nein Nein, das ist nicht Oh Gott, das war ein richtiger Spielstart Scheiße Besser hätte das nicht klappen können, ne? Oh Näääh, dann mache ich den direkt selbst weg Achso damn, alles klar Warum heilen die uns eigentlich? Äh, das sind die mit komischen Katzen Äh, die können heilen Achso, die intelligenten Typen Auch nicht so schlecht wow aber war ein nice try auf jeden Fall hätte ich zwei sehr können stellen sein also bis jetzt sieht es echt ausgeglichen aus ja der da oben ich guck gerade ob ich einen Baseballschläger habe aber den sehe ich jetzt nicht oh ich weiß jetzt nicht was da kommt oh oh fuck ok deiner ist tot meine auch oh nein meine ja definitiv oh ne die Mine ne der macht schon keinen großen ne der macht ja keine Explosion ja keine kurz ok ja guck mal nimm sein Leben an einfach mal genau gleich ja ich hab halt gerade geguckt ob ich einen Baseballschläger habe hast du auch aber der bringt der hätte der komisch gerade ja stimmt über die Kuppe hätte ich nein nein gegenwind gegenwind ah ich glaube das macht dabei nichts oh das hat weh oh oh 11 HP nicht der aber mit dem kommst du nicht weg ach der hat er weh ok na gleich hier die Kiste smacken war nix gutes drin ja ja das sagen alle und da kommt Esel ne war kein Esel also das kann ich es war kein Esel so was kommt jetzt komm jetzt next try ja aber gegenwind oh das könnte genau passen ja das passt ja aber ich mach bei einer Granate mach das glaube ich nichts doch auch bei der Granate schon oh shit komm nein das wäre zu gut gewesen wenn du die Mine rübergeschossen hättest ich versuche jetzt was lustiges wäre lustig mir gleich ins Wasser zu springen was ist das denn muss ich ach der Mine werfen den hast du bekommen oh oh der wird der wird der wird zu springen ah ne stop oh shit ok war aber in Ordnung ok war nur 25 Schaden scheiße so ich hab nichts mehr man oh oh noch besser nein du hast die Banan- wir haben die Banan- nein ich hab es nicht gesehen oh ja es gibt ein Double oh 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 107 der ist sofort weg oh oh guck mal ich hab nichts mehr ich hab nichts mehr ich hab nichts mehr oh 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 Banane Oben bei 1,2,3,4,5 und so weiter Jetzt ist es eine Sekunde Oh fuck Oh du kriegst auch was ab Du bist tot Und der auch Ich glaub deiner nicht Doch der schon Oh ne Der hat überlebt 26 hat er Das sieht ja gar nicht gut aus Er hat das Gefühl ich könnte gewinnen Oh ja hast du noch ein Airstrike? Ne das ist die Ah das ist ein Bunkerbuster Ja Soll ich die schießen? Ah das jetzt auch Ach das ist die Die Verfolgung vergeht er Ja der ist down Oh nein Nichts Wasser Drei HP Quats Jetzt könnte ich so ein Mageddon retten oder sowas Haben wir aber glaub ich ja nicht Oh der unten könnte dabei sterben Oh shit Oh die geht ganz weit Nein Oh 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 Die 31 Ne das kommt nicht an Mach die kommt nicht an nenne Oh boom Ich hab gedacht ich treff vielleicht genau die Kuhle da Ich dachte du willst so irgendwie nach oben werfen dass die 71 da genau unter dir so getroffen wird Dann werde ich steiler werfen dass das stimmt Das wäre auch noch möglich gewesen Hm He wanted to see time fly He wanted to see time fly He wanted to see time fly Huch Huch Wär der längstens runter gefallen wär weißt du Jetzt hab ich noch 3 AP Gegen 4 Du könntest TP machen ins Wasser zu der Kiste wo die Minen genau daneben sind Es sind aber 2 Minen genau daneben Ich glaub jetzt bin ich tot Ich könnte richtig scheiße sein Ja ich muss mich hier von Minen äh zu... Nein Nein Ah geht nicht Du bist zu weit weg ne Ne das bringt nichts Shit Was muss ich machen Komm Warte für die Punchline Oh Ich bin ja auch noch was Oh shit Oh shit Aber da wollte ich einmal Na gut du hast die ATP oder hast nicht mehr Jetzt schnell aus dem Wasser raus Oh die Bananenbombe hab ich auch noch Oh 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 ich glaub der ist sogar als nächstes dran Das war ein bisschen blöd Ich glaub nicht Der war gerade eben oder? Ah ne doch der ist dran Ich dachte vielleicht fliegt noch ein bisschen Ja ja Ich dachte es gerade schon Ich dachte er fliegt noch ein bisschen weiter und rutscht vielleicht genau runter Scheiße damit war's das Was soll ich denn machen? Du kannst Granate ein Ei runterlaufen lassen Du bist ein bisschen Baseballschläger Ja Oh shit Es passiert immer wieder wenn man irgendwie versucht noch irgendwie am Ende was Nein hast du trüb ich hab gar nicht gesehen was war was passiert Über deinen Kopf geschlagen Oh Gott Ich hab so ein kleines Problem Ich hab so ein kleines Problem Ah Wenn du im Wasser bleibst stirbst du Gehst du raus stirbst du wegen Explosionen Oh Oh knapp So jetzt bereit mit dem Spielchen allgemein So Komm laut Okay Letzten Sie jetzt direkt hoch Ja das wär wieder mies Abaar Komm lass nen Ei da liegen Nein Niii Niii Ja der wird zurück Ahahhaha ha buu Und die mähen beide noch glückwunsch an dich so ein scheiß ich dachte erst mal ich verliere weil ich habe richtig kassiert von ihr alles rot allerdings meister erlitten der schaden meister aber du hast meisten eingesetzte tiere meisten schade mein zug höchster durchschnittsschaden ja wahrscheinlich wo ich meine eigenen damit gg also wir können gerne wiederholen ja klar hat spaß gemacht so wie ich sagen bis zum nächsten mal leute haut rein lasst einen daumen hoch da wenn es euch gefallen hat was ist das denn hier aber die folge ist dabei macht's gut leute und